Hallo, hier war ein Biersoffer. Crazy Ruda. Nichts Crazy. Hambi. Die Bräside. Ein ganz Feuer, Alter. Hahaha. Es brennt. Oh nein, Feueralarm. Ganz ruhig. Hier für Feueralöffel. Da kommt die Feuerwehr. Na, da kommen sie. Wo ist das Feuer? Wo ist das Feuer? Hallo, was ist hier passiert? Er hat mich Feueralarm gedrückt. Was? Auto! Was? Du hast mir das im Feueralarm gedrückt. Ja. Entschuldigung. Das war so langweilig. Das war so langweilig. Ist okay. Alles ist für sie. Und hier ist der bereit werden. Und jetzt. Three minutes later. Polizei kommt. Hallo? Was ist hier passiert? Ich weiß es nicht. Er hat mich Feueralarm gedrückt für sie. Haben wir bereit? Oh mein Gott. Ich schicke sie. Ich werde sie ins Gefängnis. Was? Und wieder. So. Jetzt schicke ihn ins Gefängnis. Thank you. Was ist hier für ein paar Reichtwerden? Irgendwas. Thank you für was ist hier. Die Haarekwerden. Ja. Ciao. Hey Lilosaurier. Hallo, er hat mich Feueralarm gedrückt. Was?